Oida, Baris, wie fährst du noch? Wo war das noch? Nein, mach's anders. Sag ihm, hey Baris, du willst doch Ding machen. Wie sieht's auch mit Urlaub aus? Ja genau, genau. Wieso Urlaub? Okay, okay. Da sagt er so, nein, nein, ich fahr auch nie wie in die YCS. Das ist zu lang, Mann. Nein, das geht ganz schnell, Mann. Es geht ganz schnell, Mann. Oida, ein bisschen was ich mir noch erzählen hab. Oida, Baris, was geht diesen Sommer ab? Wartest du auch noch? Was geht diesen Sommer ab? Dann redest du weiter. Die Frage ist doch schon schnell. Nein, nein. Wolltest du noch Urlaub machen? Was geht diesen Sommer ab? Oida, Baris, was geht diesen Sommer ab? Ah, jetzt hörst du doch ab. Ja, ich hab mich angepasst an dich. Ich hab mich dir angepasst. Du wolltest noch Urlaub in der Tukai machen. Was geht ab? Sag, sag, sag. Soll ich? Ja. Ein Stock? Ja. Ja, okay. Oida, Baris, was geht diesen Sommer? Fährst du nach Türkei? Ja, Mann, eigentlich wollte ich nicht in die Türkei, aber dieses Jahr sind zu viele Hochzeiten und so. Ich bin überhaupt nicht der Hochzeittyp, deswegen nicht in die Türkei. Nach Rimini. Okay. Nicht in die Türkei. Was musst du sagen? Ich dachte, er sagt was. Ich soll was sagen. Ja, okay. Wenn du dann gesagt hast, nicht in die Türkei, dann sag ich so. Ja, genau. Entschuldigung. Bisschen Qualität. Ja, ist echt geil. Oida, was geht ab Leute, Hunga. Heute wie angekündigt, rede ich über Videos machen, Youtube und sowas. Und Moment, da muss ich erst mal auf was klicken. So auf den alten Kanal. Ihr wisst ja, wir haben vor Pokémon Go bisschen Yu-Gi-Oh gezockt. Und da auch ein Channel gab, Videos gemacht, wie wir das zocken und sowas. War ganz lustig, aber nichts großartiges. Und was mir da aufgefallen ist, der große Unterschied zwischen Yu-Gi-Oh und Pokémon Go ist bei Pokémon Go. Bei Yu-Gi-Oh hat fast jeder irgendwie Videos hochgeladen. Die meisten kennen wahrscheinlich Yu-Gi-Oh nicht, aber ist halt so. Man hat seinen eigenen Karten, ein Deck nennt man das. Und man spielt zum Beispiel auf Turnieren oder sowas. Und man kann halt selber entscheiden, wie man das Deck spielt und welche Karten man reintut und sowas. Und das möchte man halt dann mit der Welt mitteilen. Und zeigen, wie man es gespielt hat. Falls man zum Beispiel ein Turnier erfolgreich gespielt hat, dann kann man das zum Beispiel zeigen und dann gibt es sogenannte Deckbefalls. Und davon hatte echt fast jeder mindestens ein paar hochgeladen. Einfach so. Und was mir halt dann bei Pokémon aufgefallen ist, dass kaum einer das gemacht hat. Dementsprechend für mich auch die Möglichkeit überhaupt, wenn man es so nennen will, auf Platz 3 zu rutschen. Weil da einfach echt... Es gab einfach keinen anderen außer mir. Dementsprechend bin ich auf Platz 3 gerutscht. Auch wenn ich mich selbst noch nicht so als krass empfinde wie Julian und Spiele trennen. Die sind halt echt richtig krass top. Und dann komme ich halt. Aber nur weil es sonst keinen anderen gibt. Aber jetzt so langsam fängt es so an, wo echt auch andere Leute einfach so Sachen hochladen. Und mir schreiben jetzt in letzter Zeit auch öfters Leute und sagen halt dann so, Hey, ich habe Channel angefangen, ich habe Kanal angefangen. Hier ein Video, wo ich mal reinschauen und sowas. Und A, ich schaue immer gerne rein. Ich bin neugierig. Aber B, ihr müsst mir das echt verlinken. Weil ich bin faul. Ich klicke einfach nur auf den Link. Und das war es dann. Da schaue ich es mir an. Weil manche schreiben dann, mein Channel heißt so und so. Und Link ist in der Beschreibung oder so. Oder gibt das einen und das. Ne, tut mir leid Leute. Ich bin echt faul. Sowas mache ich nicht. Wenn ihr mir einen Link schickt, dann werde ich höchstwahr wahrscheinlich draufklicken, weil ich neugierig bin. Aber wenn ich irgendwas selber machen muss. Eintippen, suchen. Dann könnt ihr echt knicken, dass ich das mache. Tut mir echt leid, dass ich so ehrlich bin. Aber so ist es halt. Aber wie gesagt, das machen jetzt echt mehrere Leute. Zum Beispiel bei den Mewtwo Aids. Weil das ist bisher immer noch was sehr besonderes. Und nicht jeder hat einen bekommen, eine Einladung. Noch nicht jeder hat einen Mewtwo gesehen. Geschweige denn gegen ihn gekämpft. Und da haben jetzt ein paar, zum Beispiel das aufgenommen. Ganz einfach mit Screen Recorder. Und das hochgeladen. Oder ein paar Jungs aus der Schweiz. Die schicken mir ab und zu immer ein paar coole Sachen. Wie sie irgendwelche Sachen zu dritt versuchen. Oder irgendwelche Solar Rates. Also das ist auf jeden Fall cool. Ist zwar nicht genau dasselbe, wie ich jetzt mache. Aber daraus kann sich das entwickeln. Und dann macht man regelmäßig Videos. Und mehr Videos über andere Themen. Und dann vielleicht irgendwann vor die Kamera. Und vielleicht irgendwann kommentieren und sowas. Also langsam wird da immer mehr draus. Wie gesagt, in Yu-Gi-Oh! war das echt gang und gäbe. Da gab es mehrere verschiedene kleine YouTuber. In Yu-Gi-Oh! nannten wir das Yu-Gi-Tuber. Die hatten zum Beispiel so zwischen 100 und 500 Abos. Und haben da ab und zu mal was hochgeladen. Und dann kamen halt die regelmäßigen Leute. Die Klassenleute sag ich mal. Die einen Schritt höher waren. Ja und das habe ich in Pokemon Go so gar nicht gesehen. Es gab halt Julian und Spiele Trend. Und dann gab es halt so gar nichts. Außer halt so die Randoms. Pookie und seine Freunde, die alle aufgehört haben. Die halt die Hypewelle gereitet haben. Aber ansonsten gab es halt echt so gar nichts. Und dann kam halt ich so aus dem Nichts. Und keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund schaut ihr mich an. Danke dafür auf jeden Fall. Ja das war jetzt so mein Statement zu der aktuellen Pokemon Go Youtube Szene. Ich habe einfach irgendwie angefangen. Hier mit den Yu-Gi-Oh Videos. Keine Ahnung wieso. Ist einfach so entstanden. Und dann wo wir rüber zu Pokemon Go gegangen sind. Hat es einfach so ergeben. Dass ich das auch mit filme natürlich. Und dann am Anfang kaum Views. Aber irgendwie ist es explodiert. Ist der Ball ins Rollen gekommen. Der Schneeball ist immer größer geworden. Bis jetzt halt. Und natürlich habe ich das nicht geplant. Ich habe nicht einfach so angefangen Youtube zu machen. Und ich habe mir natürlich nicht dabei gedacht. Hey irgendwann verdiene ich damit mein Geld. Oder ich werde 10.000, 20.000, 30.000 Abos oder so kassieren irgendwann mal. Sondern ich habe es echt einfach so gemacht. Aus Spaß. Weil ich gerne filme. Gerne Videos schneide. Und gerne Pokemon Go spiele. Und das hat sich dann alles so ergeben. Und es irgendwie so explodiert. Und eigentlich bin ich echt irgend so ein Bauer. Der einfach nur gerne Pokemon spürt. Und das zufällig filmt. Dementsprechend zum Beispiel auch so. Vor der Kamera gar nicht unbedingt der beste. Oder nicht der flüssigste. Aber ich mache es einfach. Und das ist auch ein Tipp von mir. Macht es einfach was ihr wollt. Manche denken Youtube wäre so eine große Sache. Man muss professionell sein. Und dieser ganze Bullshit. Nee. Macht es einfach. Youtube ist genau dafür da. Dass jeder hochladen kann was er will. Und genau so haben meine Lieblings YouTuber angefangen. Damals in den Uhrzeiten noch. Keine Ahnung wann das war. 2004 oder so. Keine Ahnung. JustKiddingFilms. Falls euch das so was sagt. Oder Timothy Della Gallo. Solche Sachen. Die haben einfach drauf losgelabert. Ihr Ding durchgezogen und hochgeladen. Und genau wie bei mir. Ich habe es einfach so gemacht. Am Anfang keine Views. Und dann. Irgendwann. Wenn es den Leuten gefällt. Kommen sie schon. Und. Meiner Meinung nach. Youtube echt nicht. So ein großes Ding. Wie jeder draus macht. Hey voll professionell. Wie ist das. Man braucht das kasseste Mikro. Man braucht das kasseste. Keine Ahnung. Man braucht die kasseste Kamera. Licht muss immer stimmen. Bullshit. Ladet es einfach hoch was ihr wollt. Genauso mache ich es. Und. Die Youtuber. Die ich richtig respektiere. Die scheißen eigentlich auch drauf. Es kommt echt nur auf den Content an. Und. Alles andere ist echt Nebensache. Das merkt man glaube ich auch bei mir. Wenn. Wenn es dunkel ist. Es ist halt dunkel. Wenn es windig ist. Es ist halt windig. Was soll ich machen. Soll ich nichts hochladen. Oder was. Ich lade echt hoch was ich will. Das ist mein größter Tipp. Ladet es einfach hoch. Macht es einfach. Macht es einfach. Und. Es gibt ein paar Videos. Wenn es euch Spaß macht. Ladet es hoch. Denkt nicht so. Viel darüber nach. Wie es ankommt. Über die Hater. Oder. Was weiß ich. Macht euch nicht so viele Sorgen. Sondern. Legt es einfach los. Und auch dieses ganze. Hey. Kannst du mich abonnieren. Kannst du mal. Das und dies machen. Könnte ich machen. Ja. Ich habe auch kein Problem damit. Irgendwie. Irgendwie zu unterstützen. Ich wurde oft genug unterstützt. Aber. Im Grunde genommen. Hilft es gar nichts. Selbst wenn ich euch. Erwähne. Und sage. Hey. Schaut da vorbei. Nur die Leute. Also es würden. Wären wahrscheinlich paar. Vorbeischauen. Aber. Wenn ihr schlecht seid. Oder schlechten Content bringt. Und schlechte Videos. Dann wird es nicht zu viel bringen. Wenn ihr gute Videos macht. Oder. Zumindest okay Videos. Dann wird es irgendjemanden. Schon interessieren. Und die. Die es interessieren wird. Die werden auch bleiben. Und da braucht ihr echt nicht. Ein Abo von mir. Oder sowas. Weil ich schaue euch. Auch nur rein. Wenn es mich interessiert. Und wenn ihr interessante Sachen macht. Dann kommen die Zuschauer automatisch. Und sobald. Der Funke gezündet ist. Dann müsst ihr das ausnutzen. Ich hatte Glück. Und der Funke ist bei mir. Irgendwann gekommen. Ich habe. Die Steine gerieben. Und gerieben. Und das Holz gedreht. Und irgendwann kam der Funke. Und ich habe dann. So hart gepustet. Wie es geht. Bam. Das Feuer kam. Und seitdem fütter ich das Feuer. Und es wird immer größer. Aber bei manchen. Kommt der Funke halt nie. Und man kann echt nicht drauf hoffen. Darauf spekulieren. Dass der Funke kommt. Youtube ist echt eine komische Sache. Bei manchen kommt er. Und es wird ein riesen Erfolg. Wie riesiges Lagerfeuer. Und bei manchen kommt es nie. Und die. Und die. Sterben an Kälte. Und Hunger. Schlechte Metapher. Jetzt gerade. Aber keine Ahnung. Kann auf jeden Fall sagen. Ich habe es echt nur gemacht. Weil es mir Spaß macht. Weil ich. Gerne mein Leben dokumentiert. Sozusagen. Abhängig mit den Jungs. Und. Das nebenbei Filme. Aufnehme. Und das. Dann gerne verarbeite. Video schneiden. Macht mir Spaß. Wird auch gerne da. In die Richtung. Irgendwas arbeiten. Und. Hab das einfach so hochgeladen. Und irgendwie kam es gut an. Und jetzt. Besteht halt die Möglichkeit. Daraus mehr zu machen. Da auch. Gut Geld zu verdienen. Oder zumindest ein bisschen Geld. Was ich natürlich aussetzen werde. Aber. Das war nie der Plan. Ihr solltet da auf jeden Fall nicht. Mit der Einstellung reingehen. Ich mache jetzt Videos. Damit ich irgendwann Geld verdiene. Entweder kommt es. Oder kommt es nicht. Aber. Wenn ihr keinen Spaß daran habt. Dann wird das. Daraus eh nie. Irgendetwas. Weil. Ich habe die Videos. Genauso. Gemacht. Und hochgeladen. Und Spaß daran gehabt. Als ich noch. Unter 100 Zuschauer hatte. Jetzt habe ich halt. Manchmal. Über 10.000. Und. Das macht mir genauso Spaß. Wie am Anfang. Natürlich. Jetzt ein bisschen mehr. Kohle und so. Aber. Ihr wisst. Auch ohne. Würde ich wahrscheinlich. Zwar nicht so viel. Aber immer noch. Versuchen. Ein paar Videos. Regelmäßig rauszuhauen. Weil es mir einfach Spaß macht. Aber. Mein Tipp. Macht es einfach. Zieht euer Ding durch. Und. Wenn es was werden soll. Dann wird auch was draus. Und wenn nicht. Dann. Nicht. Ist auf jeden Fall harte Arbeit. Man braucht sehr viel. Fleiß. Und. Man muss immer am Ball bleiben. Und wenn ihr das wirklich machen wollt. Dann macht es einfach. Und. Wenn es gut ist. Ich schau vorbei. Ich werde euch werben. Ich werde euch unterstützen. Wenn es scheiße ist. Dann werde ich das nicht machen. Aber das war's. Wie immer liken. Subscribe. Und kommentieren. Check die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram. Facebook und Twitter. Nochmal danke für die 10.000 Abos. Vergesst nicht. Pokemon is serious business. Bis zum nächsten Mal.